Kabel gespielt. Zum ersten Mal glaub ich war das. Ich bin mit 8 zu 20 oder so runtergegangen. Nice. Hey Junge, ich hab's nur auf die Fresse gekriegt. Hallo. Hi. Hallo, are you my friend? Eine Russe ohne Headset, das ist auch mal was schönes. Einzig gut ist, dass es kein Headset hat. Ich würde Arme hingehen. Ich gehe Mitte, also ich gehe hier den ganz... Ich bin alleine Rampe. Die wollen Russen, die wollen Russen. Unten rein? Ein Asilo oben. Ja, ach komm hier. Ja, fuck you. So. Einer Lobby noch. Dort. Einer geht Richtung Rampe. One Ramp. Ach, die Puppe liegt hier. Wie hieß das gerade, Junge? Ein wegchillen hier. Hier oben Rampe. Wie kann man denn mit der Glock vom Silo aus in die Garage schießen und drei Headshots am Stück machen? Ja? Wie geht denn das? Keine Ahnung. Einer mit der Glock vom Silo aus in die Garage schießen und drei Headshots am Stück machen? Ja, aber... Wie geht das, Brain? Einer von mir. Oh, die Smoke war gar nicht mehr so schlecht. Ja, sorry, ich hab gesmoked. Äh... Lobby. Äh... Das ist wirklich ganz schön scheiße zu verteidigen. Bombe down bei mir. Richtung Rampe. Fünferkill, Schabek, oder was? Nee. Nee, ich hab ja irgendwie Glück jetzt. Easy going. Ich werde wieder keinen Kill machen. Ich werde die Bombe erwischen. Richtig. Brain ist immer für die wichtigen Kills zuständig. Indem er draußen über die Rampe läuft und die drei Headshots. Auch vom Silo. Oder irgendwie so. Ja, ich hab's gerade nicht mehr zusammengekriegt. Ja, vom Silo in die Garage. Und drei Headshots am Stück. Okay, okay, okay. Grenade out. Kommt außen was, oder? Down einer. Grenade out. Wer ist denn hier mit mir oben? Der. Ja, hört sich. Silo. Down. Die Flash. Also Silo hab ich weggeschnirlt. Ah, ja, ja, ja. Hör doch mal die schöne Diegel mit. Der geht runter. Er geht runter. Wend, wend, wend. Wend ich schon? Ja, ist runter. War's die Bombe? Ja, ist nur der letzte. Der ist hinten raus. Die AK. Oder? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Am Ende der Runde, ja. Ich dachte, es war so. Du hast mir in den Hinterkopf geschossen, ja? Pock. Ja, ich merke mir das trotzdem. Nice gesmoked. Jetzt sehe ich kein Meter, Alter. Schau, Schau. Schau, Schau. Feuer in die Hände. Grenade aus. Feuer in die Hände. Flaschbank. Flaschbank. Drinnen Party hart oder was? Was ist mit dir los? Nö, alles cool. Die Arbeit, vorsicht. Flaschbank. Flaschbank. Wo geht was? Lobby. Bei denen, T-Sprung. Oh, in Slow. Nee, hä? Bin gar nicht getroffen, Alter. Der Slow, was? Nee, ey. Ich hab's geknackt. Ich... Ich dachte mir, wenn ich mich gehört... Oh. Das wollte ich nicht. Wer spielt denn hier? Ich leg... Vorne liegt eine Arbe. Oh, danke. Ich hab gedacht, ich hätte den so wegrastiert. Und nur sein Kopf nicht getroffen, aber... Let's go, let's go. Nee, war das nicht da. Smoke! Grenade out. Oben steht was, oder? Opa? Ich kann's nicht einsehen, warte. Ja. Grenade out. Draußen auch was. Alter, ist mir vor die Finde gestiegen. Bomber ist outside. Main, Main drin. Bomb outside. Red Container. Deploying flashback. Fuck. Ja, genau, wo ich die Flash werfe. Einer Richtung, Ram. Ähm, eine Ram, da muss eine spawnen aufpassen, ne? Ist die Bomber da unten? Ja, noch immer, ne? Wie ist denn der da hingekommen, Alter? Ah, auf Ausbord. Das sieht in die Ding rein. In das Blei-Häuschen. Oh, nice. Ich hab das Gefühl, die kommen hier die Treppe hoch. Jetzt, jetzt guckt er außen, jetzt guckt er. Ah, ja, übern vorn. Warte, eh. Nice, AWP-Klatsch. Der Amt, Corporal, oder was? Kann man mal machen. 12.000, braucht jemand was? Schon aber nett. Nee, eigentlich nett. Mörder ausgestattet. Super, siehst du das, wenn da oben was kommt? Ich hab die nur gehört. Äh, jein. Also, nee, ich muss den schon explizit hingucken. Sag an, wenn du was hörst, dann... Okay, außen AWP. Mann, ich dachte, wie schneller ist die. Na, kommt aber nix. Siehst du was, Corporal? Nee, ich bin weggesmogged. Aber ich guck jetzt, ich weiß, wenn da ein Container ist, ne? Ach, geht mir die Amor aus, Milder. Ah, ich glaube, obendrauf. Was ist denn los, Leute? Wo steht denn der, große? Auf dem B, A ist geplantet. Oder? Ja. Ja, S.A. Rennt da hoch, Junge. Stampft da hoch und sagt, hier, Leute, hier bin ich, Junge. Einmal ab-aim, bitte. Humpa, 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 tättere. Hier kommt der Brain. Gibt ja hier unten nicht, oder? Doch, der geht da drauf, wenn er da blöde sitzen bleibt. Dann sitzt er genau unter dem Spot. Und dann daneben zu schießen und dem Gegner die AWP zu geben. So, wir müssen das da irgendwie anders machen. Der hat die aber an. Ups. Wir müssen mal einer legen. Ups. Ja, Korn-Sinkro kann legen. Wir müssen hier... Wollen wir mal... Der liegt einen. Okay. Ich glaub schon. Der Typ geht außen hin, oder? Naja. Naja, der geht außen hin. Ich war das für Smoke. Der ist Smoke. Da kommt einer. Outside zwei Smokes. Bin völlig wegge-smoked, warte. Kannst du nach oben gucken, bitte, Kuro? Ja, warte. Jetzt krieg ich drauf, geh ich hin. Ja. Oh, oh, oh. Einen hab ich, einer ist noch Silo. Einer, oh. Oh, scheiße. Machst du der Typ auf, dahin, mit seiner Awe? Ich weiß nicht, wie man das spielen kann, da außen. Vielleicht muss man drin stehen bleiben, oder so, und drauf scheißen, oder was weiß ich. Einer Lobby. Wir haben sowas, ey. Ja, Alter, geht. Einer auf Binnen runter, von außen. Wir haben nichts gemacht, außer gewartet und uns abgeähmt. Na, sind sie langsam auf den Trichter gekommen. Ja, aber... Wie scheiße ist der bitte? Ja, das muss doch... Das muss doch... Rage spielen, ne? Ich würde jetzt pokern, dass es A ist, oder? Keine Ahnung. Sonst keine Ahnung, sonst müssen wir ihn da draußen gewähren lassen, oder so. Du stehst deine Waffe einfach. Wo, wo ist denn die A-Wild-Unkel? Ähm. Geil. Ach, hinten B, irgendwo, ne? Da, glaube ich, die Leiche, die da liegt. Da nehmen die M4 mit, um gut zu... Ne, da, hinter dem blauen Container war doch eine. Ne, doch nicht. Scheiße. Hat er mich gar nicht... Ne, hat er nicht. Aber der hinter dir... Ach, der hat nen Team-Kill gemacht, den hätt ich nie mal bekommen. Mann, C, rot, halt mal... Troll mal, Papi, schluss, bitte. Man, halt mal die Knappe, Junge. We are Oscar Mike. War das jetzt 5? Bin wieder weggesmoked, ich stell mich so, dass die dich nicht rushen können. Die Tür ist offen, ich bin Blatt. Wenn der mal nicht ne A-Wer hat, da? Ne, nicht ganz. Einer's outside, one outside. Da. Oh, was? Die, raus, weil unten rum, rein, oder? Weiß in shadow. Da, den. Main gate. 99 in einen Treffer. Der eine hat 1 AP. Dann hat der andere noch 1 AP. Achso, sind da noch 3. Ich hab noch 4 gelebt, der eine hat 1 AP. Ja, wir machen das jetzt anders. Du gehst wieder mainen und ich, äh, rush mal durch. Nach vorne. Hm, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Na, dass ich wenigstens, äh... Weil ich kann nicht beides gleichzeitig abdecken. Ja, aber wenn die da kommen, dann bist du ja im Arsch. Ich kann ja einfach mal hier draußen mit dir stehen bleiben. Ich kann ja mal hier draußen abaimen. Jo, Awe. Das war jetzt Morro, das ist Grund auf jeden Fall was außen. Ja. Ich verziehe mich jetzt rein. Lass sie zur Not auf den Spot kommen. Hast du vertrieben, Lende? Obra? Was? Du hast gerade nicht geblendet, ne? Tür geht auf. Tür geht zu. Floor ist open. Ich stehe hier am Main drinnen. Das ist auf jeden Fall outside. Steps. Steps outside. Aber jetzt glaub ich, die müssen slow sein. Ach, komm, ey. Kann man da nicht durchschießen, oder was? Ich sitze. Ich bin nur weg, ich bin nur weg. Ey. Da liegt mein... Oh. Vielleicht, oder? Das ist nicht B. Minus 74, anstatt zu sagen, wo er ist. Ja, eben. Land da. Oben, 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 oben. Alter. Ich hab's nicht gesehen. Er wollte noch die Punkte fürs Entschärfen. Alter. Er dachte, er hat zu wenig Kills gemacht. Dann wird er MVP, wenn er entschärft. Er läuft hin, Alter. Er legt vor seinen Füßen. Ich hab's nicht gesehen, Alter. Ohne Scheiß. Ich hab da nicht... Ich hab noch nie erlebt, dass da einer geplant hat. Will eine AWP von euch? Ja, hier, ich. Dann droppen wir mal noch bitte, Konzi Hovers. Bist du so gut, ja. Dankeschön. Für dich doch immer. Verdi, thank you, my friend. Blue Drop. Blue geh mir auf den Arsch. Der hat doch schon lang. Äh. Der hat... Der soll die Klappe halten. Drilling smoke. Geblink. Oh, voll die Flash in die Fresse gekriegt. Ich bin so blind. Ich kann nur Container jetzt abheben, sonst kriegen sie mich. Ja, Container reicht. Ja, wenn weg ist Smoke. Äh, das ist das hier. Böde. Wir sind schon an der Ramp. Glaub ich hier. Grenade out. Wie ist der's? Der ist schon oben drauf. Außen ab dem Catwalk. Catwalk. Bei der City-Base ist der schon. Catwalk. A, wir weg. Der oben... Okay, der randaliert dann auch oben rum. Eine Raum. Ja, um. Habe ich gepennt, ey, mann. Ja, es ist so sick. Spricht gegen vier? B oder was? Weiß keiner, ne? Weiß egal. Schlecht egal. Safety-Waffe, geh auch mit vier. Safety-Waffe, halt diese... Ha-ha! No Problem von mir, sagt Chester und macht einen Klick. Ey. Oh. Ja, ich... Kann doch nicht sein, nehm... Geht das, ey, dass die von hinten irgendwie... Ist scheiße, mann. Ich kann eine MP legen. Kannst du mir... Nee, eine Pistel, ganz klar. Was ist? Komm mir mal bitte in die Pistel. Oder? Du hast die MP. Entschuldigung. Nee, die Halt sind. Passt schon. Busch mich mal hier. Oh, die sind schon da. Da liegt eine P90. Hm. Wo bist du hin? aber du musst aber hier in die ecke for real alter warum stirbst du nicht du kleiner hundesohn echt alle lobby zwei stück mann der treppe hey wie kann man so reinlachen oben auf dem dach fahren die wenn wir vielleicht auch noch rumgehen der typ direkt geht auch noch die treppe hoch spacey nicht wenig nicht sind denn die alles klar meine fresse hat den überhaupt angeschossen ja minus 30 ich habe minus 54 gut dann ist er schon fast tot ja war die waffe ja wo ist denn im zweifel hinter dir wenn sie jetzt platsch macht dann ist er auf B er hat nur noch sieben sekunden versucht dich nicht abknallen zu lassen sterb mich sterb mich immer mit dem rücken zum gegner ich könnte immer ausrasten alter stelle tust mich mal diesmal gleich rauf ja ich habe keine ahnung was ich mache jetzt gleich ich stecke außen ab und ab und der kolm und geht in den rücken oder so ahja blind mit der arve ne du kannst mir erzählen aber auch zeit ey sind schon B durch ernsthaft B B ä 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 schlecht nicht mehr nicht mehr nicht mehr ja so ne leute sollten scout spielen hat der überhaupt getroffen alter wie dumm hat der ey wo ist denn der main oder eines city spawn ich bin nicht mehr ist sehr deutlich hast denn Ich hab grad irgendwo gezoomt Boah, das ist unsere Ah, Bombe ist CT down, besser Bombe ist CT down Der ist neben dir Das ist oben Das ist oben Oder? Hä? Wo ist der denn? Ich hör den doch steppen Ich bin auch oben, Kurt Ich glaub ihr seid, er ist aneinander vorbei gerannt Ja, müsste Ramp gewesen sein Okay, mal save mal, ich hab 7 AP Wir haben überrücken zum Gegner Ja, immer Damit sie kommen so Kann ich mal Arme probieren Gut, dann stell ich mich ins Mail, ja? Ja Besten smoken, also vorne smoken Ja Ein blind, geil Alter, ist das so Grenade out Ha Ha Bombe ist auch Deploying flashbangs Incendiary Bomb has been planted Was? Ich bin daneben geschossen, Shebek Entschärfung Irgendwo noch ne Waffe oder irgendwas Hinten mir ne AK Er hat mich richtig schön geholt, Alter Ah, super Er preaimt einfach mit der Tag 9 durch Das ist ein Millimeter Platz und er trifft einfach Kevlar Helm Einen Schuss, tot Letzte runter Letzte runter? Warte mal, ich tropp dir Nee, vorletzte Ich hab schon, fast schon So, echt? Ich bin nicht geblickt Nein, die waren weg, weil ich den Russen A7 hab Hast du noch Arme? Ja Tür geht auf Tür geht zu Das war nicht die Bombe Junge Anscopping, Headpick schossen, Alter Noch einer oben? Nein, ich lass dich mal alleine Ich glaub einer Lobby Not sure Ja Habt ihr Maid weg? Nee, der steht immer noch da Ach ne, das bist du, oder? Oder gar nichts? Maid kommt einer rein, kommt zu groß Schnelle Ansage Das ist durch die Tür Ja, ich Ich sag die ganze Zeit mal nicht Meine ist meine, eine Tür Komm ist Komm ist einer Letzter, mein Er wird B gehen Der letzte war doch im Schaft, oder nicht? Der hat die Bombe geblieben Steppt der nur unter mir? Ja Die Bombe hat geblieben Hast du dir sicher Das Ding hat gerade zugemacht? Ja Ich weiß nicht, dass es geht Ah, da ist er drinne Bis durch 19 HP Ah, fuck Kann man mal einen lucky shot machen Zwei Hits Nicht durch die 419 HP Wie viel hast du dir gegeben? Kannst du irgendwas droppen, Erik? Ja, 46 Komm, die hat er 53 bekommen Let's go Gut, nehme ich halt Pistol Weil er jetzt zieht Ich will jetzt außenrum aggressiv gehen Oh, stirb doch bitte nicht Noch mehr außen? Ja Ah, ja Bomb outside Ja, die sind main rein Ich glaube die Bombe ist B gegangen Eine ist Dittysporn Richtung Garage Da rechts Guck mal Er sprayt sie weg wieder Und ich glaube der Der letzte Bombe ist glaube ich B runter Hinten Durchgelaufen ich Ja Ja Smoke genommen Da ist mich gegen das Moosrad gekommen GG